Meine Nachbarn dachten eine ganze Zeit lang, ich arbeite bei so einer Telefonvergnügungshotline, weil wenn ich streame, dann lese ich alle Fragen vor und ich werde nicht selten Dinge gefragt wie, darf ich dir mal auf die Brille spritzen. Selbstverständlich sind das nur passionierte Glas- und Gebäudereiniger, die meine Brille reinigen wollen. Aber die Frage verwirrte meine Nachbarn dann doch so ein bisschen. Bin ich sicher, ob sich das jemals aufgeklärt hat.